Was sind das für Teile, die da rumwandern? Genau, unter mir oder neben mir. Weiß ich nicht. Aber ich möchte eigentlich was wissen. Komm, scheiß auf Schweinefleisch. Essen. Ne, ne, ne. Äh. Okay, ich lass das erstmal. Das ist jetzt viel zu langwierig. Wenn irgend noch ein Lederteil kommt, dann hole ich mir das. Sonst lass ich es einfach. Uh. Hier unten ist ganz schön was los. Gut, dass ich nicht da unten bin. Hoffen wir, dass es so bleibt. Schon irgendwie komisch. Oh. Hier sind die geliebten Teile. Ja, davon brauchen wir Inksecs, habe ich gesehen. Perfekt. Einen Inksec hatten wir schon mal. Zweiten könnte ich mir auch noch holen. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Aber jetzt habe ich zumindest Inksecs. Also, mir fehlen noch... Wie, wie viel fehlt mir eigentlich noch? Fünf? Äh, drei Leder fehlen mir noch. Und ich weiß einfach nicht, wo ich die her bekomme. Hm. Was wäre denn noch eine andere Möglichkeit gewesen, Leder herzustellen? Nur so als Zwischenfrage. Nur so als Zwischenfrage. Wie gesagt, es hilft es nicht, in die Kommentare reinzuschreiben, weil ich... ...das Projekt jetzt komplett abgedreht habe, bevor ich überhaupt anfange, es hochzuladen. Aber... Wenn ihr eine Möglichkeit findet, es mir jetzt zu sagen, obwohl ihr nicht wisst, dass ich das Projekt hochlade, dann wäre es natürlich super. Aber es geht nicht. Schade. Egal. So. Fünf Leder. Leider nicht. Leider nein. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann auch alles weg. Okay. Ach, nein. Kann weg, kann weg. Kann weg, kann weg. Skrit. In... Oh, super. Ne. Das hätte ich lieber nicht machen sollen. Wie... wie soll ich denn jetzt meinen Inks-Sack wiederfinden? Äh... Da war es, glaube ich. Gerade. Da oben. Gut. Äh... Aber das, das und... Schweinefleisch brauche ich jetzt auch nicht. Kann weg. So. Nächste Frage. Wo bekomme ich das Zeug her? Hier gibt es bestimmt auch nicht. Nein. Nein. Also... Mach ich mir jetzt erstmal mein... Zeug fertig. Ne Ender-Chest oder zwei Ender-Chests wären auch nicht schlecht. Naja. Egal. Das ist das Zeug. Das ist das Zeug. Das ist das Zeug. Gut, dann tue ich das in... Leder und das Teil hin. Fünf Leder. Äh... Ja. Komm. Ist jetzt egal. Muss ich irgendwann mal wegwerfen. Ich glaube, das reicht sogar fürs Erste. Kann ich sogar mir jetzt mal angucken. Aber wir müssten gleich auch Schluss machen. Sehe ich gerade. 64. Ja. Das reicht fürs Erste. Gut. Dann mache ich das nächste Folge. So. Erstmal suche ich mir Leather. 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 Implader. Crop. Oh. Ratten Flash und Quick Climb. Ok. Woraus bekommt man Quick Climb? Aus. Gut. Woraus bekommt man das noch? Clean Zombie Flesh. Rotten Flash Pro... Proficient Powder. Zwei Prozent. Let's not fumes. Rotten Zombie Flash. Flash. Das bedeutet, ich brauche Quick Climb. Also das ist Michelite. Michelite. Nein. 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 So. Was konnte ich noch gucken? Nein. Clean Zombie Flash. Komme ich aus. Pro... Purification Powder. Gut. Oder in the Redstone Furance. Und zwar... Gut. Clean... ...Cion Dai. Nein. 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 Ist nichts drinne. Nein. Das bedeutet, ich muss diesen Redstone... Offen bauen. Redstone... Phase. Redstone. Ja, das macht jetzt so viel Spaß. Ah, Redstone Fumes. Oh mein Gott. Copper Gate, Bricks, Machine Frame. Aus Steel. Oder Iron. Gut. Glas, Iron und Gold. Das kriegen wir doch wohl noch hin. Was ist der Rest? Redstone. Copper Gear. Copper Gear. Gold Ingot. Gut, ich glaube ich habe nur ein Gold Ingot. Das ist jetzt natürlich... Nein, ich habe zwei. Gut. Dann baue ich Iron. Iron. Da habe ich vier. Brauche ich Redstone. Und ich brauche ein bisschen Sand für Glas. Ein bisschen Sand. So. Komm. Mach mal ein bisschen Glas. So. Redstone Fumes. Copper Gear brauche ich auch noch. aus Iron Ingot. Und Copper. Copper. Gut. Iron habe ich nicht genug. Aber Copper habe ich genug. Das bedeutet, ich muss noch einmal ein Iron... Oder ein, zwei... Zwei Iron schmelzen. Gut. Schmelzt euch mal. Schmelzt euch mal. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Puh. Zack, 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 zack. Zack. Ja, das habe ich schon mal. Dann habe ich das auch schon mal. Dann habe ich Copper Gear. Habe ich noch nicht. Habe ich... Jetzt... Habe ich Copper Gear. Gut. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt... Hä? Ah, ich brauche Bricks noch. Ja, okay. Aber ich glaube, das werden wir ja... erst in der nächsten Folge machen. Denn... Mein... Alarmschild. Ich möchte jetzt noch kurz gucken, ob das funktioniert. Und wenn ja... Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Minecraft Monsters. Tschüss und haut rein!